Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Ihr Lieben, ihr hört es an meiner Stimme. Es wird heute keine Podcast-Folge geben können. Ich will euch das nicht antun und ich will auch mir das nicht antun. Deswegen mein Aufruf, schaut mal bei uns auf der Plattform vorbei. Genius-Alliance.space Wir haben dort jede Menge Informationen für dich als Gründer, als Gründerin, wenn du Investoren suchst, wenn du dein Unternehmen aufbauen möchtest. Wir haben richtig coole Leute auf der Plattform. Und wenn du hier dabei sein möchtest, im Podcast, dein Unternehmen vorstellen möchtest, dann nimm mit mir dort über die Plattform Kontakt auf, schick mir ein paar Infos und wir schauen uns das an und laden dich hier in diesem Podcast ein. Nutzt die Assets, die wir aufgebaut haben. Also das ist, glaube ich, ein guter Tipp für jeden oder für jede, die ihr eigenes Unternehmen nach vorne bringen möchte. Wir haben tolle Angebote auf der Plattform, die ihr kostenfrei nutzen könnt. Es gibt Ausbildungsprogramme zu dem ganzen Thema. Es gibt spezielle Informationen für Gründerinnen. Also will ich euch noch mal wärmstens ans Herz legen. Und jetzt besorge ich mir mal so einen Tee. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020